Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront mit dem Len 16 und dem Drachenburschen. Wir spielen den Multiplayer, genauer gesagt das Outer Rim DLC wollen wir weiterspielen. Letztes Mal haben wir ja noch ein bisschen die alten Modi gespielt und jetzt geht es wieder ins Outer Rim DLC, kurz vor dem Bespin DLC, was ja jetzt auch irgendwann rauskommt. Und wir sind höchst motiviert, oder lieber Len 16? Ja doch, klar. Immer, immer. Immer, immer. Wir sind auf jeden Fall in der Sorosub-Raffinerie und spielen den Modus Fracht. Fracht. Fracht, den kann man so schön rollen. Sorosub-Raffinerie. Es gibt sehr viele unterschiedliche R's, die kann man sehr unterschiedlich rollen. Naja, es hängt auch so ein bisschen davon ab, was von Buchstaben danach kommt, oder? Naja, es kommt drauf an, wo du herkommst. Das ist immer eine gute Antwort, es kommt drauf an. Ja. So, hier sehen wir nochmal die Sorosub-Raffinerie. Sorosub. Sorosub, genau. So. Oh, hier geht schon die Action los. Ja. Wir starten ja direkt in ein laufendes Spiel rein und ich bin auch schon tot. Das ist gut. Äh, ne, ist nicht gut. Wo bin ich gestartet bitte? Warum bin ich hier gestartet? Was soll das? Ach, ich bin bei dir gestartet. Ne, hä? Das tut mir leid. Was hat der auf dem Mund drauf? Oh, er ist tot. Ich hab... Äh, Fracht heißt, wir müssen das irgendwo abholen und woanders hinbringen, oder? Achso. Ne, ne. Capture zur Fracht war das, oder? Stimmt, ja. Wieso? Nein. Warum? Warum haben die den Modus hier reingetan? Bei denen wäre ich gar nicht so schlimm. Ich schon. Also mal abgesehen, dass ich jetzt schon zweimal gestorben bin, habe ich mit dem Modus persönlich eigentlich kein Problem. Ich mag den Modus gar nicht. Ganz und gar nicht. Hast du gegen den Modus? Er ist einfach schlecht gemacht. Das ist kein Capture the Fliege, das ist ein... Ein blöder Modus, meint der denn? Ja. Schon wieder tot. Ich schaff's immer wieder, ne? Ach, verdammt. Nein! Die schießen immer von allen Seiten, von ganz oben irgendwo. Ganz, ganz gemein, ganz gemein. Ich steh mal unten, dann wird er erschossen. Alter, ich bin gespawnt und bin instant schon wieder tot. Ich schwöre dir, das ist verflucht, der Planet. Der hat echt spawned, hier gerade. Oh! Schlechteren Spawn kann man ja gar nicht erwischen. Das liegt am Modus Fracht. Das liegt nur... Ja, ist so. Ist so, wenn du mir nicht glaubst, dann ist das... Da, one on one gewinn ich ja. Au! Wo kam denn das, der Disruptor-Ding schon wieder her? Ja. Ne, das kam von einem... Den hab ich auf dem Bildschirm fast nicht erkannt, weil er so klein angezeigt war, in Rot. Weil er wirklich ganz woanders war. So, das wird ein geiler Raketen... Au. Der ist noch oben rein. Hey, die hab ich ja wohl getroffen. Das war jetzt episch angekündigt, als es dann war. Oh ja. Kommt vor, Len. Kommt vor. Ahm. Ja, ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Fracht ist Len sein Lieblingsmodus, ich merk schon. Wow. Ach, das war einer von uns, der da gerade das so verkackt hatte. Ah, kacke. Nein! Ach, das ist so ne Bacta-Bombe, ist das hier. Verstehe. Beginne zu verstehen. Schau mal, ob hier jemand hochkommt. Kann es nicht bald vorbei sein. Ich will, dass es vorbei ist. Ja! Ich vertrage die Schmerzen nicht mehr. Ich tut mir leid, Len. Hilfe. Na, kommt da nochmal jemand? Ich glaub nicht. Na, so bald ist es, glaub ich, noch nicht vorbei, oder? Wie lang haben wir denn noch? Zwei Minuten fünfundvierzig. Die hältst du wohl noch durch, Len. Nein, nein, ich find da fast. Nein, 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 nein. Jedi, Jedi, sechs. Mensch. Jedi, Jedi, sechs. Du Lutscher. Da mag jemand gern Regale. Ich bin schon wieder bei dir gestartet. Oh, jetzt mach ich aber einen coolen Raketenkill. Schon wieder. Und, ja. Ich hätte es beinahe gemacht, wenn da nichts was im Ökwesen wäre. Ach so, war schon wieder nur groß angekündigt. Nein, Niederlage, bevor das explodiert ist. Ich könnte mir noch... So hört sich Freude an. Warum, Leute, warum? Hast du es ja schon geschafft. Ist ja schon vorbei. Warum? Der Hambursche sagt mir, warum. Warum das Spiel zu Ende war, weil die Zeit abgelaufen. Ne, die Zeit war gar nicht abgelaufen, weil sie alle zehn Dinger rübergetragen haben, alle zehn Frachtdinger. Deswegen habe ich keinen Kill bekommen. Das tut mir leid. Mensch. Naja, ein bisschen. Aha. Ja, es war keine gute Runde. Drei zu sieben. Das stimmt. Das ist nicht gut. Das ist unerfreulich. Es kann nur besser werden. Dabei hatte ich das DLC in so guter Erinnerung. So, jetzt kommen wir nochmal auf die andere Seite dran bei Fracht, oder? Bitte nicht. Nein, Transport. Gott sei Dank. Ach so, das ist Transport. Der wesentlich, wesentlich bessere Modus. Es ist nur dieselbe Map. In der Tat. Ja, Transport ist auf jeden Fall... Transport ist von den neuen Modi eigentlich so der coolste. Spielen das eigentlich viele Transport? Ich weiß es gar nicht. Ja, die spielen wahrscheinlich alle das, was die wir gerade spielen. Also random durch, oder? Ja, genau. Anderen Modus gibt es, glaube ich, gar nicht. Aber ist eigentlich ganz cool. Eine gute Idee von ihnen gewesen. Wird mal wieder Zeit, dass wir Helden spielen. Es wird Zeit für Helden. Es wird... Es ist Zeit für Helden. Hatte ich schon nochmal kurz hier rein. Oh, ich hab einen Schatten. Es wird immer eins angezeigt, aber ich weiß nicht, woher. Ich weiß nicht, woher. Egal. Was hat denn der für eine Skin? Der hat eine... Der hat... Der hat nie Weha benutzt, deswegen hat er eine andere Skin als wir. Okay, hat er mal Weha benutzt. Weil er ja nie Weha benutzt hat. Verstehst du? Wieso sind das schon welche? Ach ja, stimmt. Kack egal. Da schießen wir sie. Ja, hatte ich vor. Oh, da war noch jemand. Ei, das war der, der vorhin so viele Kills hatte und so. Nein, beim dritten hat es dann nicht mehr funktioniert. Aber zwei habe ich erwischt. Wir müssen den Transport voranbringen, oder? Als Rebellen. Rebellen müssen immer... Jupp. Okay. Ich glaube, ich nehme eine andere Klasse. Also eine andere Hand. Das war wenig... Das war nicht clever. Ich nehme die mit der Deoxysgranate. Nein! Nein, 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 nein. Geht das blöde Tor einfach zu. So eine Kacke, wer rennet denn mit sowas? Alle. Ich jedenfalls nicht. Oh, da ist ein Luke. Ein wildes Luke greift an. Der Luke kann nichts. Willst du mich verarschen, der Luke? Siehst du, der Luke, wie er prima Ballerina tanzt? Das kann ja nicht jeder so gut sein wie du, denn. Oh, ich wollte gerade sagen, gut, ich muss mal einer das Ding anmachen. Ich bin selber schon hingelaufen, aber dann hast du das auch ganz famos zustande gebracht. Das Druckstellt habe ich auch noch angemacht. Das ist gut. Ja. Hast du den Modus hier auf der Karte schon mal gespielt? Ja, ja. Okay. Und ist auch gut? Ja, ja. Wobei der Modus allgemein immer gut ist. Ja, genau. Transport ist ein ziemlich guter Modus. Da kann man nicht viel falsch machen. Dieses blöde Geschwisterfahren, das muss man nicht mal kaputt machen. Oh, der Modus Transport macht so viel Spaß im Overwatch. Kleine Schleichwerbung. Das war nicht wegen der Schleichwerbung, ist das, weil ich gestorben bin. Ja, ja. Dachte ich mir schon. Ich lauf mal wieder her. Wie ich sehe, bin ich da nicht der Einzige. Ey, alter Mann, warte. Du hast Graue Haare. Du hast Graue Haare. Weil ich nur ein bisschen grau bin hier. Ja. Da grauzt dem Len. Nein, nein, ich bin schon wieder erfassend fein. Lutsch mir, lutsch mir, lutsch mir, lutsch mir, lutsch mir. Hier oben ist ein ganz schlechter Platz, ich sehe schon. Jo. Verdammt, 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 verdammt. Nur den Kill es ist. Obwohl, wir haben ja sogar schon ziemlich viel von der Strecke geschafft, sehe ich gerade. Ja, bis zum ersten Kontrollpunkt. Na ja, ist doch besser als nix. Wo erfasst mich schon wieder ein Fein? Wo? Da oben ist schon wieder irgendwo einer gestanden. Irgendwo war da oben schon wieder so ein Schlawiner. Das, ihr könnt mir doch alle mal. Echt, hey. Der Transport bewegt sich wieder, schön. Ich habe die meisten Punkte. Willst du mich verarschen? Ich habe die meisten Tode vielleicht. Ne, nicht mal. Nicht mal, nicht mal das Schatz. Ich habe nicht gesagt, dass ich die meisten Kills habe. Ich habe nur die meisten Punkte. Jo, ich meine, ich glaube, dass du die meisten Tode, äh, die meisten Kills hast. Oh, danke für die Heilung. Ich könnte immer aufhören, da Gift reinzuschmeißen. Da oben ist es gefährlich und ist ja weg. Oh, du stehst da oben aber auch nicht so praktisch. Ja, aber ich will das Teil in Bewegung setzen. Ich würde gerne, dass es nicht in einer Minute 40 vorbei ist. Ich hatte nicht mit dir geredet. Nein. Achso, dann sag doch nicht du. Ja, du. Ich meine den, der gerade so ein Millimeter vor mir stand. Das ist schade. Na gut, wir kontrollieren die Menschen wieder. Das ist doch schon mal wieder was Gutes. Wir kontrollieren gar nichts. Doch, ich habe gerade gesagt, wir werden transportieren. Aber wir können wirklich nicht kontrollieren. Okay. Alter, man kommt nicht mal hin zum Transport, ohne zu sterben. Bitte, was? Warte mal, mir fällt ein, wir können die Dings wieder machen. Hände. Ah, verdammt, die Hände kannst du nicht ändern im Spiel, oder? Nope. Schade. Wenn wir Transport gehabt hätten, hätten wir daran denken, müssen wir so das blöde Schild mitnehmen. Ich habe eine Hand mit Schild. Alter, hatte ich nicht nur eine Hand mit Schild. Zweite Hand. Ich weiß gar nicht mehr. Kann man die Hände auch während man spielt schauen? Ja, ja, klar. Nein, nicht während man spielt, wenn man tot ist. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, in der zweiten Hand hatte ich auch das Schild. Und das Schild war hier ja eigentlich immer schon manchmal... ...gar nicht so übel. Das stimmt. Ah! Ja, wir verlieren das. GG. Bleib leid. Danke für nichts. Stirb doch! Vier Lebensenergie. Es geht nicht ums Killen, es geht um das Objective zu spielen. Ja, das schaffen wir. Ich war ja auf dem Weg zu dem Objective, wo ich erschossen wurde, wo ich den einkillen wollte. Ah, ja. Nein. Das ist nur noch ein einziger Nebel, der Nebel des Krieges. Ja. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Irgendwie waren die besser als wir. Ja. Ja. War nicht so... ...nicht ganz so gut die gute Runde. Schade eigentlich. Ja. Aber jetzt können die Gegner beweisen, dass sie es besser können als wir. Ja. Mit einer Rückrunde. Ja, ja. Billy Jedi. Ah. Ich bin dem Billy Jedi immer noch gut. Ah, ich nähere mich mit rasanten Schritten Stufe 30. Ja. Das stimmt. Wir werden alle älter. Ja. Ich bin aber noch nicht Stufe 29, mein Freund. Und du auch nicht. Das stimmt. Du wirst Stufe 30 vor mir erreichen, überraschenderweise. Das stimmt. So, sieben zu acht, ne. Ganz übel war es ja gar nicht. So. Ich war erster von unserem Team. Ich hatte vielleicht drei Kills. So, hat gereicht. Okay. Ja, das ist das Traurige daran. Ja. Warte mal, dann tun wir jetzt. Hä? Ich hab das Schild gar nicht. Warte mal, hä? Warte mal, die Karten kann man sich so, kann man sich doch auch kaufen. Ich hab doch das Schild als Karte. Körperschild, da ist es doch. Hm. So, wir sind Verteidigung, das heißt, wir dürfen uns gleich bewegen. Nein, nicht. Ach, ich kann. Ach, da. Ach, da ist das Körperschild. Okay, dann mach ich mir das so in die zweite Hand. Wunderbar. Mit dem Jumppack noch dazu. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir ja erstmal hier die Gegner zurückschlagen. In der Tat. Mit dem sie uns gerade eben so gemein, ja, einen auf den Deckel gegeben haben. Hi. Hi. Oh. Hi. Hi. Ach du, du wolltest eine Robo-Dance auch machen? Ja. Aber es geht los. Ja, die kommen ja von der Seite da drüben. Genau. Ja, ihr müsst euch schon aufmachen. Ich habe Viper-Suchttroide bekommen, das ist sehr gut. Na, komm. Traut es nicht, jemand aufzumachen? Na, hat es nicht immer getraut, aufzumachen? Ich habe gleich einen erwischt. Schön. Ah, kacke. Was? Zurück in die Schlacht? Wieso dürfen wir da nicht hin? Weil das deren Territorium ist. Oh. Axis-Granate. Ah, ich darf nicht hängen. Oh, da ist Luke. Wo ist mein Viper-Suchttroide? Wieso haben die gleich am Anfang schon Luke? Hatten wir auch Luke von Anfang an? Ja. Er hat was verkackt gehabt. Und zwar hart. Nein! Du! Oh! Wie? Ich nehme mal eine andere Läufe. Habe ich eine Schock-Blaster? Da ist eine Schock-Blaster. Ich spiele mal zur Hand, gell? Sie haben es noch nicht geschafft, da hinzukommen, oder? Oh, ich bin komplett am anderen Ende der Karte. Er läuft. Kann nur die richtigen Treffen da vorne. Oh, habe tatsächlich einen erwischt. Eigentlich ganz witzig, da einfach mal reinzuschießen. Aber bringt uns leider nicht wirklich weiter. Ich sehe auch gar keine Gegner gerade. Doch, da kommen sie her. Kommt daher. Und wieder einen erwischt. Müssen wir das Ding stoppen, Jungs. Okay. Das sagte er und stand am anderen Ende der Map. Jupp. Kann ich gut sagen, ja? Ah, da ist ein Luke. Ein wildes Luke? Mhm. Ich sehe den Luke gerade gar nicht mehr. Das ist gleich nicht so schlecht. Was machst du? Eigentlich witzig hier oben. Glaube ich dir. Verdammt, da war ich schon wieder überhitzt. Ja, da ist immer noch ein Luke. War gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wenn sie versuchen, da hinzukommen, kann man sie abschießen. So, Headshot. Oh, das Luke. Luke! Auf den Luke! Die Vergewohltätigen uns. Ländersen noch ein paar Zweifeln. Ja. Ich finde es schade. Schade. Da ist Luke, da unten. Jetzt komm mal raus, Luke. Ich kann nicht weiter nach unten ziehen gerade, leider. Verdammt. Er hat mich kaputt gemacht. Ich bleibe jetzt hier oben. Jetzt machen wir wieder was Sinnvolles. Versuchen wir, das Ding mal aufzuhalten. Ich weiß schon, wer jetzt nicht so sterben wird. Oh, da hast du Luke in den Gängen. Alter, kann mir jemand bitte die Eier massieren? Was laber ich heute eigentlich? Ey, ich hab Luke gekillt fast. Fast. Nein, so knapp. Ich hätte fast Luke gekillt, aber ich hab mich richtig viel abgezogen. Luke hat noch fünf Lebensenergie. Luke ist gleich der Hut. Das ist toll. Ah, schade. Ich hätte noch das andere aktivieren sollen, die Überlastung. Alter, hatte ich gerade eine schlechte Verbindung. Für mich lag's. Schade. Oder hat's geleckt? Jetzt tust du schon wieder Sachen runterladen. Oder hochladen. Nein. Nein. Es hat kurz geleckt, jetzt leck's Rücken. Verdammt. Krieger Killers. Oder liegt Luke? Wir haben Luke besiegt. Wo ist das Ding überhaupt? Da, verteidigen. Das fährt momentan gar nicht. Ja. Das ist gut. Das sind erfreuliche Nachrichten, wenn's nicht fährt. Doch, es fährt. Natürlich fährt's. Verdammt. Verdammt. Das ist sogar über den ersten Kontrollpunkt schon drüber. Ja. Ja. Gut, dass du sowas mitbekommst. Ja. Ich bin ja hingelaufen. Ich hab mich ja bemüht. Nian Nump ist jetzt einer von uns. Er bemühte sich Redel nicht. Er bemühte sich Redel, ja. Ah, und sie haben Boba Fett. Hoffentlich jemand, der ihn spielen kann. Nicht so jemand wie ich. So, zumindest den Nachschub hab ich abgewürgt. Ah, von hinten. Von hinten im Nahkampf. Sean, Mensch. Ach, da hilft's auch nix, wenn ich der Beste vom Team bin. Bin ich. Hab die meisten Punkte. Ich weiß. Das war ein geiler Kill. Ja, die haben's über diesen kritischen Anfangsbereich darüber geschafft. Deswegen... Ja. Gut für sie. Ja. Gut für... Okay. Gut für... War... War ne blöde Idee, da oben drauf zu stehen bei dem Geschütz. Ich geb's zu. Aber... Aber... Man hat's ja mal versuchen können. Boah, dein Gegner. Ah... Da bin ich zu langsam in Deckung gegangen. Beziehungsweise gar nicht. Au. Au? Au. Au. Wo ist's mir. Wo ist's mir? Was macht denn ihr hier? Sollt ihr kämpfen. Aber hier stinkt's, gell? Ja, ist doof. Wo sind denn die Gegner? Da ist er noch. Oh, da ist einer. So, ich flieg da mal hin. Nein, du Kleine! Jawoll! Twi'lek. Wir schauen uns einfach nicht, das Ding aufzuhalten. Ja. Surprise. Nein! Diese Twi'lek cheatet doch. Die hat 16 zu 1. Naja, entweder das oder sie ist einfach gut. Sie hat Bug, der Bomben. Die sind okay. Könnten wir uns ja auch holen. Ja, bin ich ja grad dran. Bin ich ja grad dran, die zu holen. Ich komm schon wieder nicht rechtzeitig in Deckung gehen. Ach, Lenn ist auch gestorben. Schön. Also, nicht schön, aber... Es ist halt so. Es ist halt leider manchmal so. Manchmal gibt es Spieler, wo es nicht läuft. Wir haben so eines. Und sie sind am nächsten. Ja. Oh, ein Freileben. Oh, Mann. Das ist doch so stark. Hey, ich hab die komische Tante gest... Ich hab die Karte gekannt, die Tante gestoppt, die komische. Yay! Da ist ein Niener, aber der hat mich nicht gesehen. Für dich? Ja. Vermutlich. Jetzt hat er mich aber gesehen. Ach, nee, nicht du schon wieder. Auch. Ah, fast hätte ich sie gehabt. Fast hätte ich sie gehabt. Die nervt voll ganz schön, diese Twi'lek. Ach, was. Also, sie ist besiegbar. Ich hab sie immerhin einmal schon umgebracht. Was ist das? Matty oder die andere Twi'lek? Die zwei. Ich glaub, Matty war's. Make-2 ist auch ne Twi'lek.